Wollen wir noch mal Gegenverkehr versuchen? Das hat letztes Mal gar nicht so schlecht funktioniert. Knappes Ding, jetzt hängen sie ab! Oh nein, der taktische Minivert! Dann machen wir gleich mal eine Tenner-Mission wieder. Das wäre ganz schön. So, da ist Tenner. Ist das richtig? Kann ich dir machen? Ja! Ich bin nicht wieder schwanger. Nein, nicht wie beim letzten Mal, als ich schwanger war. Beim ersten Mal bin ich irgendwie über allem geschwillt. Die ganz normale Nahtoderfahrung. Ja, klar. Und beim nächsten Mal konnte ich mir dann einen Körper aussuchen. Und zack, ich bin in ihn. Es ist... Es... Es ist wie sonst, wenn ich fahre. Aber ich gucke in den Rückspiegel und da schaut mich eine Fremde an. Und... Und ich denke nur, ich bin im Körper einer Frau? Mann, iss dein Donut auf. Dann bringe ich dich in die Klapse. Ich mein's ernst. Das ist real. Das passiert wirklich mit mir. Beweis es. Aber wenn du mich nicht hundertprozentig überzeugen kannst, lass ich dich einweisen. Klar. Abgemacht. Was sind die... Äh, was ich in der Fahrschule hatte, ich hatte ein Seat Leon tatsächlich. Uh. Schau dir mal den Irren an. Genau die Farbe hab ich bestellt und nie gekriecht. Weißt du was? Kriegst einen Beweis? Ich stell was Verrücktes mit dem Typen an und du kriegst deinen Beweis. In den Blödmann-Shiften, was einfach die beste Aufgabe in jedem... Alle zeigen das. Mann, sag ihr, dass du bei mir warst. Ein zu viel hates... Spring von einem Autotransporter, ne? Und warst du nie erfahren? Ja, ganz genau. So geht's. Achso, sind auf der Straße markiert. Sehr schön. Ähm... Okay. Ich merk schon, dass wirklich das Handbremsespiel ist. Ich war anfangs so vorsichtig. Okay. Da. Zwei. Direkt ein hinterher. Der Typ ist völlig unbittet. Ich bin der durchgeknallte Typ. Verarsch mich nicht, Mann. Du wirst es Bescheid, stimmt's? Was nimmt der denn? Angel Dust? Unglaublich. Okay. Wenn er jetzt noch Kops provoziert... Also mich provoziert er jetzt schon. Sprungschanze. Es gibt Regeln hier. Pass auf. Wie in dem Blödmannschiff. Aktuell. Was ich für aktuell für ein Auto fahre? Ein Opel Calibra von 1992. Ich sag's dir! Du bist gerade über einen verdammten Truck gesprungen! Polizei! Ehmt unsere Faut fest! Schnell! Was? Nein! So, da rechts ist die Popo. Ist du, 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 du? Welcher davon? Der da. Das ist Provokation! Das war das einzig Richtige. Dank dir ist uns gleich das ganze Revier auf den Fersen! Oh, du hast recht. Was denke ich mir nur? Halt dich fest. Wird alles tun, was ich kann, um das Grabe zu bieten. Die Kops abhängen. Und Autos überspringen. Einfach, weil es geht. Ein bisschen, ja. Lass mal versuchen, in der Luft zu driften. Okay, nach der Luft. Das war ein Missglückter Drift. Okay, wir können nochmal versuchen, hier durchzufahren. Vielleicht die Popo dadurch ein bisschen abzuhängen. Ich weiß nicht, wie groß die Chancen sind. Aber ich hab Spaß an diesem Stück Straße. Bürgersteig! Bürgersteig! Ey, ist doch wie die Straße. Nur ein paar mehr Leute. Richtig. Das ist die Definition für Bürgersteig. Wie die Straße. Nur ein paar mehr Leute. Das Ding hätte ich gerne. Danke. Geht doch einigermaßen. Und weil ich die Kurve jetzt versaut habe, fahre ich auch einfach wieder hoch. Huh? Ein großer Magnet. Die Zeihautos sind wie große Magneten. Und weil ich die Kurve versaut habe, fahre ich wieder zurück. Immer fahre ich mir selbst rein, ey. Vielleicht müssen wir auch bald platzen, glaube ich. So, jetzt lass uns mal endlich von dieser Straße unterkommen. Ja. Irgendwie hat das nicht so ganz klappt mit Polizeiabhängen. Am Anfang sah das gut aus. Und dann haben die rausgefunden, dass sie auch Lenkräder haben. Du hast Talent, mein Freund. Was? Bürgersteige zu erkennen. Oh mein Gott. Okay. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass wir die Geschwindigkeit abhängen können in dem Wagen. Also versuch's mal gegen Verkehr. Gegenverkehr hilft immer in jedem Spiel in Polizei. Oh. Ist das ein Witz? Ein absolut schlechter, unlustiger Witz. Sind wir... Oh, oh. Das knallt, das knallt, das knallt. Du kannst voll gut driften, äh. Das liegt ja am Spiel. Das war ich. Das ist im Spiel echt einfach. Ich gebe Gas und er driftet. Aber danke trotzdem. Okay. Ich nehme Blödmann shiften. Was ist der Blödmann? Jetzt habe ich den Chat geguckt und den Blödmann verpasst. Ja, da ist der Blödmann. Blödmann! Die Leute in diesem Land... Das ist nicht der Blödmann. Was ist der Blödmann? Da ist der... Ja, diese Kameraführung, ne? Äh, da sind wir. Achso, der Blödmann ist... Der Blödmann ist da hinten. Okay. Äh, ja. Man hätte auch einfach bremsen können. Aber egal. So, da ist ein Abschleppwagen. Stuh, 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 stuh. Bam. So einfach... ...hät man abgeschleppt. Warte ein paar Minuten, dann schlag mir ins Gesicht, so fest du kannst. Was? Warte ein paar Minuten, dann schlag mir ins Gesicht. Nein! So was sagt man doch nicht. Wow! Ich will auf keinen Fall glauben, was ich da gerade gesehen habe. Ja! Ja! Aber gehen hast du's. Ich verliere nicht meinen Verstand. Das ist real. Ja, es... Es sieht so aus. Mann. Also... ...nur um das klarzustellen. Wenn du in eine hübsche Lady springst, bleiben die Hände am Lenkrad. Ja. Schon gut. Dann wieder an die Arbeit. So gut, dass das Spiel so vollkommen ignoriert ist, dass deren Auto schon längs Macho Pamper ist. Und dass es so viele Ersatzteile für so ein altes Auto wahrscheinlich gar nicht gibt. Okay, wir sind einfach wieder in der Stadt. Und wir könnten mal gucken. Ich kann nicht weiter raussuchen. Wo ist denn diese Golden Gate Bridge? Kann ich zu der schon hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, das geht in die Richtung. Ich dachte halt wegen... Nein, das war keine Absicht. Wegen des VW Käfers. Ähm. Dann machen wir erstmal mit der Mission weiter, denke ich. Ja. Ich versuche mal eine zu finden. Da ist eine. Okay. Da irgendwo. Ja. Wir dürfen die Bullen nicht zu dem Treffen führen. Warum? Jericos Leute kümmern sich schon drum. Dann kümmern sie sich auch um uns, du Idiot. Und wenn wir es nicht zum Treffen schaffen, wird Jimmy uns töten. Wir müssen sie abhängen. Ja, ich werde eine LS fahren, wenn ich einen finde. Es gibt hier an jeder Straße ungefähr zehn Stück. Aber das hier ist eins meiner Top-5-Klieflingsautos. Mann. Ich fühle mich gut heute. Du nicht auf? Ich fühle mich zu einem normalen Unwilligen. Darius, bist du haltens wie drauf? Du redest, als hättest du mehr als einen Taco geschluckt. Alter, Taco wäre jetzt echt nice. Ich habe mir echt noch nichts gegessen. Ich bremse und lasse die Bullen vorbei. Die sind ja irre. Die gefährden hier noch alle. Der Truthan ist also betrunken. In ETS 2 gefahren. Naja, besser als in Wirklichkeit. Junge, wenn es drin muss, kannst du echt fahren. Ja, geht so, ne? Gerade bin ich gerade nicht so begeistert von meinem Stil. Wenn, wenn was abgeht. Es wäre ich verflucht. Oh, Del, glaub mir. Heute ist ein Glückstag. Ja. Oh, hier. Die Regeln. Wer eine Sprungschanze sieht, muss sie springen. Zweite Regel des Sprungschanzenclubs. Ah, kennt ihr noch die erste Regel? Ganz aufgepasst im Unterricht. Irgendwie klappt es nicht so richtig. Ich habe die Popo immer noch direkt hinter mir. Und jetzt läuft auch noch Zeit ab. Das ist gar nicht so schlecht, wenn ich selbst die Kurve so gut wie verpasse. Verpassen die die auf... Die zweigen nämlich auch komplett. Au. 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 Hi, Noel. Schön, dass du da bist. Ich versuche gerade mit meinem Camaro vor der Polizei zu entkommen. Können wir glauben, ich habe nichts Böses getan. Ah, ich weiß noch nicht, wie das mit dem jungen Mann neben mir ist. Versuche mal, mehrfach abzubiegen. Ah, da ist roter Bereich. Okay, jetzt hier rüber. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist echt das Handbremsen-Spiel. Eindeutig. Also die Kurve habe ich selbst verpasst. Aber verpassen die die vielleicht auch? Ne. Zu dumm sind sie nicht. Also ganz oft abbiegen ist, glaube ich, der Clou. Ist in solchen Spielen ja immer. Ja, aber ich bin der Mann für die Tastatur, denn mein Lenkrad ist kaputt. Beziehungsweise irgendwo im Keller. Wir verpassen das Treffen. Im nächsten Abschnitt musst du in der halben Zeit fahren, oder wir sind tot. Im nächsten Abschnitt. Verklebt gerade die Polizei, aber wirklich direkt am Hintern. Mit der Geschwindigkeit werde ich hier nicht platt machen können, mit dem Alt Camaro hier. Das war jetzt nicht der Schnellste, ehrlich gesagt, wenn ich da richtig informiert bin. Okay, jetzt müssen wir auch noch zum Treffpunkt hinfahren. Ich glaube nicht, dass das Fahrwerk das aushält, aber... 45 Sekunden, zwei Kilometer ist knapp. Ja, ich versuch's ja. Ja! Willkommen beim Stream. Ähm, das ist jetzt echt ein falsches Auto. Du bist nicht mein Boss, oder? 30 Sekunden und ich stehe vorm Abschleppwagen. Das ist jetzt... 1,6 Kilometer und 20 Sekunden. Ich glaube, das ist knapp. Gönnt ihr eine neue Karre? Ja, gerne. Aber diese Karre... ...ist gerade missionsgebunden, also... ...kann ich mir nicht einfach eine andere holen? Und ich glaube, die Mission... ...versammelt. ...mädchen und Knastgitter gesehen. Ach, verdammt, kein Ding. Das tut mir aber leid. Hattest du noch was vor heute, ja? Du Arsch, die werden uns umnäten! Also manchmal ist man echt schneller, wenn man die Kurven nicht alle driftet. Ich bin mir halt nicht sicher, weil ich glaube, die Cops kriegen Kurven nicht ganz gut hin. Okay, neue Versuch. Wir können ja auch schon mal grob in die Richtung des Checkpoints fahren, wird mir grad klar. Das hab ich eben gar nicht gemacht. Lassen Sie das bitte, das ist ein schönes Auto gewesen. Ich fühle mich so total positiv. Darius, bist du irgendwie drauf? Du redest, als hättest du mehr als ein Taco geschluckt. Das ist nicht so nett von der Polizei, mich so zu ran. Okay, ich versuche, wie gesagt, erst mal recht zum Treffpunkt zu kommen. Und dann werde ich, ähm... Polizeilust. Vielleicht? Vielleicht klappt das ja auch. Warum müssen die Bullen immer da sein, wenn was abgeht? Als wäre ich verflucht. Die täusche jetzt hier an und ziehe nach rechts rüber. So spät, wie es nur geht, irgendwie in diesem doch etwas schwammig fahrenden Ort. Oh, wenn ich meine Fahrer brauche, werde ich nicht gut. Ja, hier ist meine Karte. Ähm. Ähm, ich hab's da direkt hinter mir, ne? Ja. Sehr direkt. Oh, komm ich nicht entscheiden, wo ich langfahren sollte. Bin dann einfach drüber gesprungen. Äh, da denkst du ne 400 Meter vorm Ziel. Das ist gut. Okay, dann lass uns jetzt mal gucken. Richtung wechseln, ist auch ne Idee, ne? Also guck ne halbe Stunde zu, wie der Polizeibahn sich nähert. Dann lässt er ihn zu, dass er ihn reinfährt. Ich hab noch zwei Minuten. Hätte echt keine Ahnung, wie ich die abhängen soll. Wollen wir nochmal Gegenverkehr versuchen? Das hat letztes Mal gar nicht so schlecht funktioniert. Das bringt uns nicht. Aber deine schlauen Sprüche schon, ja? Knappes Ding. Jetzt hängen sie ab. Oh nein, der taktische Minivert. Der Wagen hat mich abbezahlt. Ach komm Kumpel, deine Schecks sind eh nie gedeckt. Der ist nicht abbezahlt, der Wagen. Der ist 30 Jahre alt. Fast. Okay, das war gar nicht so schlecht. Weil ich in den Verkehr gedriftet bin. Den Wagen zerstören bringt nichts. Wir verpassen das Treffen. Den nächsten Hörfner muss nur in der halben Zeit fahren. Oder wir sind tot. In Ordnung. Die Cops sind weg. Jetzt bring uns ans Ziel, aber schnell. Ich hab schlecht gewissen, ich hab die Sprungschatze nicht gesprungen, die da vorhin waren. Ich geh so seriös aus in diesem Auto. Dieser Ordeal versucht also in Jerichos Organisation Karriere zu machen? Die Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Da werde ich ihn unterstützen. Treffen geschafft. Wow. Ordell Williams und Darius Spencer. Kleine Fische, aber sie arbeiten für Jerichos Bundle. Lieber halt dich mal im Auge. Vielleicht hat der Wagen einen hohen Preis selbst gebraucht. Äh, ja, ist ein guter Ansatz. Und ich glaub in Deutschland könnte das sogar stimmen. Aber ich weiß nicht, diese Generation Kamaru ist glaub ich in Amerika. Ich hab die teuerste. Und ich weiß nicht, diese Generation Kamaru ist ein guter Ansatz. Und ich weiß nicht, diese Generation Kamaru ist ein guter Ansatz. Und ich weiß nicht, diese Generation Kamaru ist ein guter Ansatz.